Moin Moin und ein herzliches Willkommen bei Finanzkuckung. Heute geht es um mein Portfolio bei XTB. Das habe ich ja jetzt bereits seit einigen Wochen dort gestartet und heute möchte ich einfach mal zeigen, welche Unternehmen sich schon da drin befinden und wie es halt weitergeht. Wir sehen hier einer der ersten Posting bei Instagram, die ich halt veröffentlicht habe, weil es sich also um ein Global Focus Portfolio handelt mit dem Fokus auf Sicherheit, Stabilität sowie Wachstum und Potenzial. Diese Faktoren sollen die ausgewählten Aktien haben. Zudem soll das Portfolio sehr konzentriert sein, also ein hochkonzentriertes Portfolio mit maximal 15 bis 25,18, eher 2015. Und mittlerweile habe ich ja schon fünf Aktien im Depot. Die schauen wir uns jetzt einmal ganz kurz an. So, und zwar sehen wir hier einen Auszug. Das haben wir eben auch gesehen in der Plattform. Da sehen wir hier vorne, das ist der untere Teil, den sehen wir hier einmal. Das ist live direkt bei XTB in der Plattform. So, und wir schauen uns jetzt hier mal direkt an, was habe ich denn jetzt hier investiert und welche Unternehmen kommen noch hinzu. Also, wir haben einmal Square mit dabei, Fastly, Roche, Akamai und EBBV. Das sind die fünf Unternehmen, die sich derzeit im Portfolio rumtümmeln. Und, ja, hier unten habe ich eine kleine Beschreibung, kleinen, ja, Diagramm, wie es sich gerade halt, ja, die Gewichtung quasi kann man hier schön sehen, dass Square die größte Position derzeit hat. Also, Square kennen wir auch wahrscheinlich die meisten in einer digitalen Bezahlungsdienstleistung. Also, die haben auch sehr stark in Bitcoin und investiert. Und das war auch einer der Gründe, wieso ich Square in meinem Depot mit aufgenommen habe. Ich hatte ja ganz zu Beginn mal auch ein Video gepostet bei Instagram und da habe ich auch gesagt, dass ich auch gerne in Rohstoffe bzw. auch in Kryptowährung investieren möchte. Und ganz vorne mit dabei ist natürlich Bitcoin. Das kann man bei XTB ganz fein machen. Deswegen habe ich auch XTB auch gewählt. Wir haben hier einfach eine sehr, sehr große Palette mit Rohstoffen, mit Kryptowährung, mit Aktien. Und das Ganze läuft einfach direkt, der Kauf direkt über die Heimatbörse. Das finde ich ein richtig, richtig geiler Pluspunkt. Alles wird quasi in der Heimatbörse, an der Heimatwährung gekauft. Das wird einfach direkt der Euro in die Heimatwährung umgerechnet, automatisch beim Kauf. Und somit bekommt man direkt quasi hier auch Roche aus der Schweiz, direkt in Schweizer Franken, hier an der Schweizer Börse direkt ins XTB Depot angezeigt. Hier sehen wir es auch direkt Roche hier drinnen in Schweizer Franken. So, also nochmal zurück zu Square. Square habe ich mich dann dafür entschieden, weil ich dann doch erstmal Bitcoin nicht direkt investieren wollte. wie bei XTB mit CFD, sondern habe mir dann entschieden, ich nehme einfach Square. Square ist sehr stark in Bitcoin investiert. Und dann bekomme ich auch noch dazu eine richtig geile digitale Zahlungsdienstleistungsplattform. Eine App haben die ja, bekomme ich mit dazu. Und ja, also Square habe ich gekauft wegen Bitcoin, weil sie sehr stark investiert sind. Und halt eine geile Dienstleistungs-App für Finanzen. So, dann habe ich Fastly mir ins Depot gelegt. Das war ja auch erst vor kurzem, letzte Woche. Netzwerkdienste machen die ja, Edge-Cloud-Plattform, Cloud-Sicherheit, also in der Cyber-Security für Cloud sind wir dabei. CDN und auch Bildoptimierung, alles mit dabei. Also wenn man im Internet unterwegs ist, dann ist Fastly eigentlich un-, ja, man kann es nicht weglassen. Fastly oder natürlich auch Konkurrenten von Fastly, aber Fastly ist sehr, sehr gut aufgestellt. Die machen quasi das Internet schneller und sicherer. So, deswegen Fastly mittlerweile 350 Euro wert. Habe ich mir sechs Stückchen gekauft. Ja, Stückchen, weil das sind alles nur die ersten Tranchen. Das wird noch weiter aufgestockt. Dazu muss ich noch sagen, es wird ja, wie gesagt, ein konzentriertes Portfolio von 15 bis 25 Unternehmen. Das bedeutet auch, dass manchmal auch welche wieder rausfallen oder Teilverkäufe getätigt werden. Das wird also wirklich ein Portfolio, was wächst die ganze Zeit, auch mal rotiert. Wenn ich ein besseres Unternehmen finde, wo ich einfach mehr Chancen sehe, wird einfach ein älteres Unternehmen, wo ich einfach nicht die Chancen sehe, rausgeschmissen. Es sollen wirklich die Top 15 bis 25 Unternehmen in diesem Portfolio bei XTB bei mir sein. Und deswegen kann es nochmal vorkommen, dass ich Fastly nochmal nachkaufen werde, den Square nochmal nachkaufen werde. Es kann auch sein, dass ich die auch wieder rausschmeiße. Deswegen einfach nicht verpassen, wenn ich diese Videos weiterhin hochlade. Auch bei Instagram poste ich das ja auch wöchentlich. Den aktuellen Stand, da könnt ihr einfach mitverfolgen, falls sich irgendwelche Positionen halt ändern. So, deswegen Square und Fastly, das waren die ersten Tranchen, einmal in den Markt quasi rein, um zu schauen, dass man einfach schon mal dabei ist. Dann habe ich ja Roche als dritte Position, das ist aus dem Bereich Gesundheit. Und wir werden hier schon feststellen, derzeit diese fünf Unternehmen basieren eigentlich oder kommen aus den Sektoren Technologie, Wachstum sehr stark und natürlich auch Gesundheit. Aber die werden sich natürlich noch mit weiteren ergänzen, das kommen wir gleich im nächsten Part des Videos dazu, welche Unternehmen noch dazukommen könnten. Also Roche ist einer der größten Bio-Pharma-Unternehmen der Welt, kommt aus der Schweiz. Hier habe ich natürlich einmal aus der Gesundheit gewählt und als zweiten Grund habe ich Roche mitgenommen. Deswegen, ich wollte einfach den Schweizer Franken mit dazu nehmen. Ist der einzige Position, die derzeit im Minus bei mir ist. Wir sehen hier minus 4%. Dennoch halte ich Roche für die Zukunft sehr, sehr gut aufgestellt und ein wichtiger Bestandteil dieses Portfolios. Ja, die haben Medikamente gegen Krebs, die sind auch führend in der In-Vitro-Diagnostik. Also ein sehr gut breit aufgestelltes Unternehmen aus der Schweiz. Dann haben wir Akamai. Kann man sagen, Akamai ist ein Konkurrent im Bereich CDN, Edge-Plattform von Fastly. Die beiden beherrschen quasi eigentlich diesen Markt, würde ich sagen. Die beiden sind da in CDN und auch in Edge-Plattform so die Marktführer, die Großen mit dabei. Und diese beiden Sachen habe ich einfach mit, diese beiden Unternehmen, Aktien habe ich einfach ins Depot gerichtet, weil ich von dieser Technologie, von diesem Wachstumsmarkt profitieren möchte. Und deswegen auch alle beide direkt mit ins Depot, also künstliche Intelligenz einfach mit dabei. So, dann noch als letztes. EBBW war ja mein allererster Kauf bei XTB. Kann man ein bisschen so sagen als Testkauf, aber auch natürlich nicht einfach so ein Testkauf, sondern sich auch wirklich für EBBW entschieden kommt, ist ein Pharmaunternehmen, hat eine hohe Dividendrendite. Was hier aber keine Aussagekraft oder keine, ja wir legen hier kein Augenmerk auf Dividend, sondern wirklich auf Qualität, Wachstum, Potenzial. Und da sehe ich EBBW auch für die nächste Zeit noch Potenzial mit drin. Das ist wahrscheinlich auch einer der ersten Unternehmen, die vielleicht auch mal getauscht werden könnten, wenn die nächsten vollkommen, aber derzeit sehr gut dabei. EBBW bleibt erstmal mit drin. Also, dann Unternehmen, die noch dazukommen werden in der Zukunft, kommen wir gleich noch zu. Hier sehe ich einmal kurz die Plattform zeigen, wo ich gekauft habe. Hier sehen wir hier unten diese fünf Unternehmen, die ich eben gerade in einem Screenshot auch hatte. Und hier sehen wir zum Beispiel jetzt Square, habe ich mal aufgerufen. Können wir sehen, hier zwei Stücke habe ich gekauft, zu einem Preis von 210 US-Dollar. So, die Nachricht mal hier weg. Kriegen wir hier mal wieder. So, wichtige Nachrichten zwischendurch mal, wenn man auch mal lesen möchte. Also, hier 210 US-Dollar gekauft und mittlerweile bewegen wir uns hier bei 248 US-Dollar. Da sehen wir auch hier 210, 240 US-Dollar und derzeit aktueller. Es ist jetzt live, deswegen ein bisschen andere Werte als jetzt aus dem Screenshot bei 415 Euro. Das sind derzeit über 15% plus. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ich hätte mal letzte Woche vielleicht doch etwas mehr Square-Anteile kaufen sollen. Man weiß es aber ja nie, ob der Kurs wirklich steigen wird. Ich bin halt kein technischer Analyst, sondern ich schaue mir wirklich Unternehmen an. Haben die Potenzial? Haben die fundamentalen Daten? Wie sehen die aus? Und da habe ich mich halt für Square entschieden, weil Square kam wieder runter vom Kurs her. Und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich halt damit rein erst mal. Und falls der Kurs noch weiter abrutschen sollte, würde ich die zweite Teule hinterher schießen. Aber es ist halt anders gekommen, als ich gedacht vielleicht habe. Und der Kurs ist jetzt natürlich sehr schnell und stark wieder nach oben gepresht, dass ich jetzt erst mal nicht nachkaufen werde, sondern wieder abwarte, wie sich das Ganze entwickeln wird. So, dann haben wir auch eine Fast-Limit drin. Hier sehen wir auch hier gekauft für 65, zurzeit bei 69 US-Dollar. Hier habe ich auch mir zugegriffen, weil ich davon überzeugt bin, dass hier noch ein extremes Potenzial hinter Fast-Limit steht. Deswegen hier sehen wir, also wir können auf jeden Fall in Richtung 130 US-Dollar wiederkommen. Keine Frage, ich will auf jeden Fall dabei sein. Sollte der Kurs weiter zurückläufig noch sein, werde ich hier nochmal die zweite Tranche hinterher werfen. So, auch eine Orange ist mit dabei, wollte ich auch mal zeigen. Hier sehen wir auch hier schon ein bisschen den Plus. Dann haben wir eine Akamai, habe ich ja auch schon vor Jahren mal in meinem Depot gehabt, habe ich ja mit sehr viel Plus verkauft. Ich glaube, die war bei 150% Plus, habe ich rausgeschmissen gehabt. Jetzt kommt sie wieder mit ins Depot rein, in mein neues konzentriertes Depot mit rein, weil ich davon doch eigentlich ja sehr überzeugt bin, wie mit Fast-Limit. Also einfach auch von der Technologie dahinter steckt und das Potenzial, was sie halt machen. Das ist faszinierend und da sehe ich auf jeden Fall ein enormes, enormes Potenzial. So, und das letzte ist noch, EBBW ist auch noch mit dabei. Also, das waren die Aktien, die ich jetzt derzeit in meinem konzentrierten Portfolio bei XTB habe. Jetzt können wir uns anschauen, wer könnte denn noch mit dazu kommen. Wir sehen hier meine Watchlist. Wir sehen auch hier direkt, Akamai war auf der Watchlist. Die habe ich jetzt auch gekauft gehabt. Eine Roche war dabei, auch eine Nestle. Ich habe mich hier für Roche entschieden. Eine John Deere steht auch noch auf der Liste. John Deere habe ich da mich aber vorerst erstmal entschieden für einen Sparplan bei der Contest Bank, für meinen Wachstum und Qualität. Deswegen ist es da erstmal mit reingegangen. Das ist ein Unternehmen, die ich auch auf jeden Fall noch mitnehmen möchte. Hier eine Adobe. Da sehe ich auch viel, viel Potenzial. Und eine Qualis hier. Das sind Unternehmen, die ich als nächstes noch intern bei mir noch analysiere. Ich bin jetzt da bei Adobe dran. Da will ich vermutlich demnächst auch noch mit einsteigen. Überlege ich, ob das direkt in mein konzentrierten Portfolio mit reinkommt. Eventuell auch noch in meinen Sparplan. Muss ich überlegen. Vielleicht auch beides. Also als nächstes wirklich hier PayPal, Adobe. Das sind so die nächsten Favoriten, die ich habe. Dann habe ich ja auch noch vor kurzem hier gepostet, den Wachstumsmarkt. Hier habe ich ja schon Square mit reingenommen. Wir haben hier noch eine Tencent. Den Tencent finde ich auch sehr, sehr spannend. Bin ich aber auch schon sehr stark in meinem Langfristdepot investiert. Deswegen weiß ich nicht, ob ich sie mit reinnehmen sollte. Nochmal doppelt. Bei Facebook bin ich auch überzeugt, dass sie auch nochmal richtig, richtig noch abgehen könnten. Durch WhatsApp. Wenn sie jetzt mal richtig da Kohle kassieren, dann verdoppelt sich der Markt wahrscheinlich bei, oder der Kurs bei Facebook. So, dann haben wir hier noch sehr interessante Unternehmen wie NVIDIA. NVIDIA habe ich ja auch im Depot. Eine Elphabete, sehr interessante Zebra für künstliche Intelligenz sind Kandidaten. Ein Tempo Fischer, eine Denneher habe ich ja auch erst vor kurzem in meinen Sparplan mit aufgenommen. Hier sind gd.com, finde ich sehr, sehr spannend. Die könnte auch ein Favorit sein für meinen nächsten Kauf, für mein konzentriertes Portfolio. Da sehe ich auch noch viel, viel Potenzial. Dann haben wir zum Beispiel auch eine Alibaba, eine Microsoft. Eine Microsoft wird unterschätzt, immer ist ein Blutschip, aber immer noch viel, viel Potenzial. Eine Amazon natürlich auch. Dann haben wir hier einen deutschen Wert aus der Cyber Security mit Sikunet. Aber auch eine Crowstrike habe ich auch erst vor kurzem mit aufgenommen in meinen Sparplan. Und eine Qualys hier. Eine Qualys ist einer meiner größten Favoriten für den konzentrierten Portfolio hier. Also das waren jetzt sehr, sehr spannende Unternehmen. Hier sehen wir auch ähnliche Unternehmen, Zukunftspotenzial, eine Salesforce. Ja, also das sind Unternehmen, die derzeit auf meiner Liste stehen. Eine Samsung SDI habe ich auch in meinem Langfristdepot. Auch das ist ein Kandidat, auf jeden Fall. Eine Byte hier, also das ist auch ein sehr, sehr spannender Wert. E-Mobilität auch, die grüne Energie, Batterien. Also das ist alles mit Byte zu tun. Und ich denke mal, für mich persönlich finde ich Byte und Samsung SDI viel, viel interessanter als zum Beispiel eine Tesla oder eine VW. Aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Dass eine Byte wäre auch auf jeden Fall ein Kandidat für den nächsten Kauf bei meinem konzentrierten Portfolio. Also eine Byte auf jeden Fall mit dabei. Könnte sein. Dann, wie ich gesagt habe, eine GDP-Com. Also beide aus China. Die beiden finde ich sehr, sehr interessant und die habe ich auch noch nicht wirklich gewichtet, noch nicht in meinem kompletten Portfolio. Deswegen, die beiden sind sehr starke Kandidaten für mich. Und dann hatte ich ja noch eine Adobe, eine PayPal eventuell auch. Also das sind so die drei, vier, eine Qualis mit dazu. Da sind die so drei bis fünf Kandidaten für die nächste Woche. Zu meinem schönen hier Kreisdiagramm könnten sich die nächsten weiteren Unternehmen mit dazu kommen. Wie gesagt, es wären maximal 15 bis 25 Unternehmen. Ich möchte da ja auch konzentriert darauf vorbereitet sein, um wirklich auch Unternehmen auszutauschen, wenn das einfach nicht läuft. Das wird wirklich kein Buy and Hold, sondern das soll schon etwas aktiver laufen, das Ganze. Aber auch kein Trading, sondern wie gesagt, wenn ich ein Unternehmen, wo ich viel, viel Potenzial sehe, wie in diesen Akamai, Square und Fastly, die kommen mit rein. Sollte ich ein Unternehmen finden, wo ich einfach viel mehr Potenzial sehe, dann muss einfach ein anderes weichen. Klar, das Geld muss ja besser arbeiten können. Und wenn ich einfach ein Unternehmen habe, wo ich einfach mehr Potenzial sehe, dann wird das Geld dort investiert. Und dort wieder abgezogen. Ganz einfach. Und deswegen soll es auch nur 15 bis 25 Unternehmen sein. Das Ganze mache ich, wie gesagt, bei XDB. Da finde ich halt sehr, sehr spannend, das Ganze, weil ich hier kostenlos erstens kaufen kann. Und zweitens, das Ganze läuft bei mir einfach über eine App bei mir hier auch direkt. Die muss nicht unbedingt immer über den Desktop laufen. Die haben eine richtig geile App. Die kann ich schnell kaufen. Und das Geld buche ich direkt von meinem PayPal-Konto auf das Konto drauf. Geht sofort drauf. Alles perfekt. Also ich bin bis jetzt sehr, sehr zufrieden mit diesem Depot. Und werde es weiterhin testen und berichte, wie es sich halt weiter, ja, ja, so weiter ist. Und wie gesagt, nebenbei baue ich natürlich mein konzentriertes Portfolio hier auf. Das werde ich auf jeden Fall euch wöchentlich alle zwei Wochen auch weiterhin präsentieren bei Instagram. Wie gesagt, kann es auch mal zweimal in der Woche mal vorkommen, wenn irgendwas gravierendes ist. Oder auch in meiner Instagram und meiner Telekom, äh, Telekom, sage ich mal, in meiner Telegram-Gruppe natürlich auch. Da berichte ich natürlich auch, wenn ich was kaufe oder verkaufe. So, also, das war es dann für dieses Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du kannst ein bisschen was mitnehmen. Hast mein Konzentriertes Portfolio kennengelernt. Und ich hoffe für die Zukunft, dass wir hier wirklich noch weiterhin richtig, richtig geile Unternehmen finden, die viel Potenzial haben. Und, ja, falls du das nicht verpassen willst, wie gesagt, abonnieren nicht vergessen und liken, ganz, ganz wichtig. Ich bedanke mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschö, tschö. Tschö, tschö.